Die Blumenkränze sind der älteste Kopfschmuck der Menschheit. Durch die Blume drückte man seine Gefühle aus, Blumen waren und sind auch heute noch ein Mittel der nonverbalen Kommunikation. Für meinen Blumenkranz habe ich folgende Blüten gewählt. Die Gundelrebe, das Zauberkraut, das hellsichtig macht, die Margerite, die Orakelblume, die Rose, sie steht für Schönheit und Liebe, den Klee, er steht für Lebenskraft, Glück und Liebeszauber, die Mondblume, die Violette Lunaria, sie steht für Fülle und Reichtum, und ganz zuletzt noch die Ringelblume, sie steht für die Unvergänglichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020